Weder mal einen gravierenden Filmfehler entdeckt! Es ist nicht so richtig ein Filmfehler, es gibt hier noch einen Mini-Filmfehler. Kleiner Filmfehler. Und ich lese mir manchmal so Listen mit Filmfehlern durch, um zu gucken, ob es was Interessantes gibt, was ich übersehen habe. Da stehen dann Sachen wie Filmfehler! Das ignoriere ich dann meistens. Filmfehler! Es ist eigentlich ein unspektakulärer Filmfehler, aber die Suche danach hat Spaß gemacht. Und ist das nicht der wahre Sinn des Lebens? Nicht das Ziel, sondern der Weg dorthin? Ich erlaube mir hier kurz einen Audio-Mitschnitt abzuspielen, der kein Copyright verletzt, da es sich um ein Zitat zum Zwecke der Berichterstattung handelt. Hört einmal genauer hin! Filmfehler! Filmfehler! Und hier scheint es bei einigen Leuten, die gerne Filmfehlerlisten betreiben, eine Verwirrung zu geben. Somit ist es kein Filmfehler! Busted! Und an dieser Stelle ist ein schöner Kontinuitätsfehler. Und da ich ja eh schon dabei bin, Plottwists vorwegzunehmen, hier noch eine Kleinigkeit, die man vielleicht als Filmfehler bezeichnen könnte. Oh, voll der Filmfehler! Außerdem das Handtuch im Hintergrund, in einer Einstellung ist es gerade und dann ist es verknautscht und jetzt ist es wieder gerade. Filmfehler! Finde ich, ist das hier ein Filmfehler! Und hier ist mir ein, ich sag mal, Filmfehler aufgefallen. Also es ist nicht wirklich ein Filmfehler für diesen Film, aber die Kontinuität der Gesamtfilmreihe betreffend schon. Filmfehler! Ob das jetzt alles stimmt, weiß ich nicht. Ist mir jedenfalls aufgefallen. Und ich finde, das ist schon ein kleiner Filmfehler! Und ein weiteres Detail, was ich noch interessant fand. Und hier ist wieder ein kleiner Filmfehler! Filmfehler! Und hier ist ein Filmfehler! Denn, wie Sie, werter Zuhörer, sich merken sollten, das ist voll der Kontinuitätsfehler! Kontinu-, kontuni-, konti-, Eisverkehr-, Anschlussfehler! Ihr seid Amateure, sucht euch einen neuen Job! Das ist nicht so schlimm, das entgeht der Aufmerksamkeit des gewöhnlichen Zuschauers. Aber trotzdem ist das ein Filmfehler! Und dann ist mir aufgefallen, die Wände sind auch ein bisschen grün. Was zu folgendem Gedankengang geführt hat. Diese Fragen haben mir mal wieder und wie immer keine Ruhe gelassen, bis ich Antworten gefunden habe. Und die sind sogar recht interessant. Filmfehler! die bis zum nächsten Mal! den Räunto und marschieren! denn das war ein condemned, P이라는 Psekt Channel��요!